Jetzt habe ich mir lange überlegt, wie ich in dieser Folge starten könnte und mir ist nichts passendes, witziges eingefallen. Ich saß hier gerade und blickte auf Bildschirme. Naja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Vielleicht als kleiner Hintergrund für die heutige Folge, weil ihr seht bestimmt einen Titel. Wenn ihr, ich weiß nicht wo ihr gerade seid, auf dem Handy oder oben im Bildschirm oder wie auch immer, ihr seht da so zu Gast bei. Also ich war zu Gast bei den Epochentrottern, die ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten an der einen oder anderen Stelle auch in diesem Podcast vorgekommen sind. Und habe Rede und Antwort gestanden zum Thema Mongol, zum Thema Genghis Khan. Also ich drücke mich ja so ein bisschen vor, hier auf diesem Kanal viele Folgen dazu zu machen. Themen hätte ich genug, aber ich lerne halt immer noch sehr viel darüber. Wobei, das sage ich auch jetzt in diesen Folgen, es gibt zwei, dass ich ja eher da in der Spätphase unterwegs bin und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war da zu Gast. Die kamen schon auf deren Kanal. Falls ihr Epochentrottern noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Und ihr könnt jetzt noch die Folge nachholen, wenn ihr das wollt. Ist eine Mittwochsfolge, also ihr verliert ja jetzt auch nichts. Aber ja, nur als Hintergrund, ich war bei den Epochentrottern zu Gast und jetzt auch auf diesem Kanal. Also wenn euch jetzt gleich Marvin begrüßt und Katharina, dann kommt das daher, dass es eigentlich deren Folge ist. Und ich hier nur jetzt mein schon viel zu langes Intro einquake. Ja, viel Spaß bei Folge 1 oder ich glaube, ich schneide es auch einfach vor Folge 2 von der kleinen Geschichte der Mongolen oder sowas. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne. Bis dann und wir hören uns bestimmt dann auch an einem Sonntag wieder. Wenn du Temüchin Kahn wirst, werden wir als Vorhut hinter vielen Feinden hereilen. Für dich werden wir schöne Jungfrauen und Damen von Rang erstreiten, Palastartige Zelte, Edeldamen und Jungfrauen mit schönen Wangen von fremden Völkern erbeuten und Wallache mit feinen Gruppen beim Traben fangen. Wenn wir in einer Schlacht die wilde Meute jagen, werden wir für dich vorausreiten und sie zusammentreiben. Für dich treiben wir die Bestien der Steppe und die Bestien der steilen Ufer in die Enge und pferchen sie zusammen. In den Tagen des Krieges, wenn wir euren Befehl verweigern, nehmt uns all unser Hab und Gut und unsere edlen Ehefrauen und werft unsere schwarzen Köpfe auf den Boden. In den Tagen des Friedens, wenn wir euren Rat missachten, schneidet uns los von unseren Steigbügeln, trennt uns von unserem Besitz und unseren Frauen und werft uns in die Wildnis. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Und im vergangenen Jahr waren wir bereits mit Ole und Tore auf den Spuren von Marco Polo in Asien unterwegs. Ein fairerweise Gebiet, was uns häufig nicht so geläufig ist, vor allen Dingen, wenn es dann um außereuropäische oder auch Globalgeschichte geht. Aber es ist ja doch ein sehr spannender Komplex mit den Mongolen, dem Mongolensturm im Mittelalter und wie sich das alles so weiterentwickelt. Und entsprechend haben wir sehr dankbar das Angebot von einem weiteren Podcast-Kollegen angenommen, mit uns weiter durch diese mongolische Geschichte zu trotten. Denn wir werden auch hier so ein bisschen durch die Jahrhunderte gehen, also da Verschiedenes abdecken. Aber bevor wir da genauer drauf eingehen, darf ich erst einmal den Elias von dem Podcast Historia Universalis begrüßen. Hallo Elias. Hi. Wie Ralf schon mal sagte, wenn es um Mongolen geht, da komme ich immer ganz schnell um die Ecke. Genau, den Ralf vom Déjà-vu-Podcast kennt ihr ja auch schon alle. Also ihr seht schon eine kleine eingeschworene Community, die euch regelmäßig mit historischem Audio-Content versorgt. Und falls ihr den Elias aber noch nicht von seinem Podcast kennt, dann hast du jetzt einmal kurz die Gelegenheit, dich vorzustellen. Hey, ja, ich bin Podcaster seit, lass es fünf Jahre sein, so 2017 herum habe ich, glaube ich, angefangen. Damals noch zu dritt, mittlerweile sind wir zu fünf bei Historia Universalis. Und das Universalis ist da, denke ich, auch das Konzept. Also wir sprechen über alles, was uns interessiert. Verschiedene Zeiten, verschiedene Genre, könnte man sagen, verschiedene Formate, fast vielleicht besser. Wobei persönlich, ob dessen, dass ich auch in der Forschung aktiv bin, mein Schwerpunkt auch gerade auf der Geschichte Zentralasiens, des Mittleren Ostens liegt. Also ich promoviere über ein Thema im Spannungsfeld zwischen Slavistik, Orientalistik und Geschichtswissenschaften. Da kommen wir dann gleich noch zu. Dementsprechend bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber im Grunde genommen, mein zweites Steckenpferd ist die Globalgeschichte. Also gerne dann auch mal etwas, was nicht so in Deutschland liegt zum Beispiel, aber dann in der etwas globaleren Perspektive liegt. Und ja, das ist, denke ich, das ganz kurz zusammengefasst. Ja, wie viele Regionen, Kulturen, Sprachen etc. da auch für dein Promotionsthema relevant sind. Das werden wir, denke ich, im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge auch noch hören. Aber wir haben uns ja beim letzten Mal so ein bisschen diesem Themenkomplex eben über Marco Polo angenähert, wo die Mongolen ja eher erstmal so ein, ich will jetzt nicht sagen Randphänomen sind. Sie tauchen halt so mit auf. Sie waren jetzt fairerweise auch nicht im Interessenschwerpunkt unsererseits damals gewesen, weil wir uns vor allen Dingen mit diesem interkontinentalen Fernhandel vor allem auseinandergesetzt haben. Daher vielleicht mal ganz simpel als Einstieg, wer sind denn eigentlich die Mongolen und wo kommen die her? Bevor uns Elias aber auf diese vermeintlich simple Frage antworten kann, noch ein organisatorischer Hinweis. Denn ihr habt vermutlich inzwischen dann doch mitbekommen, dass aktuell die große Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau in Konstanz zu sehen ist. Und ich habe ein sehr exklusives Angebot für euch. Ich biete euch nämlich Community-Führungen für die Epochentrotter Community an. Das heißt konkret am 27. und 20. August habt ihr jeweils um 16.30 Uhr die Chance von mir, eine kostenlose Führung durch die genannte Ausstellung zu erhalten. Kostentechnisch kommt auf euch damit nur das reguläre Eintrittsticket zu. Wenn ihr Interesse habt, an einer dieser beiden Führungen teilzunehmen, dann schreibt mir einfach an kontakt.epochentrotter.de, um euch anzumelden. Eine solche Anmeldung ist unbedingt notwendig, damit ich den Überblick behalten kann, weil nur eine begrenzte Personenanzahl mit mir auf diese Führung gehen kann. Ihr findet die Infos zu diesen beiden Führungen auch noch einmal schriftlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr, sehr freuen, einige von euch kennenzulernen und euch das Projekt zu zeigen, an dem ich die letzten zwei Jahre und ein paar zerquetschte Monate gearbeitet habe. Und in diesem Sinne, schreibt mir gerne und wir kehren zurück zu Elias, Genghis Khan und die Mongolen mit der simplen Einstiegsfrage, wer waren denn eigentlich die Mongolen? Wie simpel bist du das? Oder wie simpel wollt ihr es? Ich glaube, ich fange mit einer ganz einfachen Definition an, oder? Genau, fang doch mal klein an und dann arbeiten wir uns langsam vor. Okay, es sind Menschen, die in dem Gebiet der heutigen Mongolei und darüber hinaus auch in China leben. Um mal so ganz grundlegend zu sein. Also es gibt die innere und die äußere Mongolei, ich verwechsel die beiden immer. Eines davon ist die Mongolei, die wir als Mongolei kennen und das andere ist das angrenzende Gebiet in China. Ich glaube, die äußere Mongolei ist die richtige Mongolei und die innere, aber ich, also da kein Gewehr drauf. Also es gibt ein Gebiet, das bezeichnen wir als Mongolei. Dort haben verschiedene Stämme gelebt oder leben immer noch. Und irgendwann gab es dann einen Menschen, der hat die geeint. Es gab es schon vorher, aber er hat es dann endgültig geschafft, hat eine neue, ja eigentlich eine neue Ethnie erschaffen. Das, was wir heute als Mongolen erkennen, hat es Genghis Khan gemacht. Warum kann ich dann gleich erklären? Genau, und das sind die Mongolen, die dann ausgehend davon große Teile Asiens und auch Teile Europas und Afrikasien sind nicht gekommen, erobert haben. Da vielleicht auch noch als ergänzende Frage zur Definition, ob sich diese Stämme denn überhaupt selbst als Mongolen verstanden haben. Oder ob das ein Begriff ist, der auch erst mit dem Genghis Khan, den wir ja auch dann gleich noch ein bisschen genauer vorstellen, aufkam oder vielleicht auch ein viel späterer drauf projizierter Begriff ist. Also diese Frage, damit müssen wir schon sehr tief in die Materie eintauchen, weil das ist natürlich nicht mit einem Ja oder Nein zu beantworten. Es gibt bei diesen verschiedenen Stämmen, gibt es immer wieder Einigungsbewegungen. Zum Beispiel eben einer der Vorfahren von Genghis Khan, die ist Kabul Khan, nicht mit einer Stadt zu verwechseln. Auch der hat es schon geschafft, große Teile der Mongolei zu einen. Und es gibt einen Stamm, oder ja, das ist also die Zugehörigkeit, das ist da nicht immer ganz klar so zu durchschauen. Wir haben sowieso ein Riesenquellenproblem. Also wir haben ja keine mongolischen Quellen, wir haben nur chinesische Quellen. Die benutzen ja schon mal andere Wörter. Das ist immer so ein bisschen Umdenken. Aber es gab wohl eine Konföderation, geht noch ein bisschen tiefer. Also das Problem ist ja auch zwischen Stamm, Konföderation, Clan, all das zu unterscheiden. Was wir auch, ob dieser Quellenarmut gar nicht immer so können. Aber es gab irgendetwas, was hieß Mongol, also Mongole. Das gab es schon vorher. Das war nur viel, viel kleiner als das. Das war, wir gehen davon aus wahrscheinlich, dass das ein Stamm war. Dann gab es noch Klane in diesem Stamm. Aus diesem Stamm der Monkhol, stammte auch Kabul Khan, stammte später dann Genghis Khan. Wobei der dann wiederum mit den Taichyuu zusammenhängt. Das war dann ein Clan und ja, also es gibt so verschiedene Abstufungen. Aber wenn wir die Mongolen heute sehen, das sind nicht die Mongolen vor Genghis Khan. Das ist nur ein kleiner Teil davon, waren Mongolen. Andere waren Naiman, Tatar. Ja, mir fällt es auch kein weiterer, also das sind die drei großen Naiman, Tatar und Monkhol. Das sind die drei großen Stämme. Wir haben diesen Quellenbegriff. Wir haben ihn auch schon vor Genghis Khan. Aber erst unter Genghis Khan entsteht dann der sogenannte Jekomongol-Ulus. Der große mongolische Ulus, das große mongolische Reich. Und ob gewisse Gesellschaftsumstrukturierungsmaßnahmen, mal mehr, mal weniger friedlich, sind diese Stämme in der Zeit Genghis Khans auseinandergerissen worden. Der hat neue Stammeszugehörigkeiten erschaffen und dadurch kommt es dann zu einer neuen ethnischen Zusammensetzung. Und dann entstehen die Mongolen, die wir heute als Mongolen kennen. Der wohl bekannteste Name von mongolischen Stammesfürsten ist ja jetzt schon mehrfach gefallen. Und ich würde auch mal vorschlagen, Genghis Khan so ein bisschen als Ausgangspunkt zu nehmen, um uns ein bisschen zu verorten. Also wir sind offensichtlich in Asien. Du hast auch gerade schon das Reich ein bisschen abgesteckt, mit dem wir es hier zu tun haben. Wir wissen inzwischen auch, dass die Mongolen also ein Stamm oder ein Stammeszusammenschluss sind oder daraus zumindest entstanden sind. Ja, wann haben wir denn eigentlich dann den Aufstieg von Genghis Khan zeitlich? Und wer war das eigentlich genau? Also Genghis Khan hieß schon mal nicht Genghis Khan. Der hieß Temüjin. Das war sein eigentlicher Name. Also Genghis Khan war ein Titel im Grunde genommen. Also der eiserne König könnte man so übersetzen. Also Genghis Eisern und Khan ist König. Es gibt dann theoretisch einen Kaisertitel mit Khan. Also der Khan, Khan der Kahne. Das ist dann eher mit einem Kaiser vielleicht gleichzusetzen, wobei er dann einen Titel auch hatte dann. Zeitlich fangen wir vielleicht da an. Es ist nicht ganz klar, wann er geboren worden ist. Wahrscheinlich so um 1160 rum. Also es gibt so verschiedene Jahre, die genannt werden. Dann 55, 62, 67. Ja, irgendwo dazwischen ist er geboren. Er war der Sohn eines, ja, Kleinadligen könnte man vielleicht auf europäische Verhältnisse so übertragen sagen. Aber hatte eben schon in der Abstammung, wie gesagt, er stammte von Kabul Khan ab, der schon mal geschafft hatte, sowas wie die Mongolei zu einen. Aber momentan war seine Familie nicht besonders mächtig. Es kommt dann auch dazu, dass er mit seinem Vater auf Brautschau geht. Also bei den Mongolen ist es so, dass die Kinder sehr früh verheiratet werden. Also er war, ich müsste es ungefähr raten, so zehn oder sowas, glaube ich. Und er findet dann auch seine Frau, die auf den wunderschönen Namen Börte hörte. Aus unserer deutschen Perspektive klingt dieser Name etwas verstörend. Naja, egal. Und auf dem Rückweg wird sein Vater von den Tatar ermordet oder vergiftet und stirbt an der Vergiftung. Und dann ist er alleine. Er ist ja noch zu jung, um tatsächlich zu heiraten. Das war nur eine Ehe, die ihm vorher sein sollte, also vorher festgelegt worden ist. Und mit seiner Mutter und ein paar Angehörigen seiner Familie und Entourage und so weiter werden dann von ihrem Stamm, den Teichjud, werden sie verstoßen. Und ja, die Familie lebt dann so ein kleines, wie könnte man das denn schön beschreiben? Also ein bisschen von Raub, ein bisschen von der täglichen Arbeit, also eine Nomaden, also ein bisschen Fischfang und sowas. Also so ein Wegelagerer. Das war das Wort, was ich gerade suchte. So ein kleines Wegelagerer da sein. Und er sammelt so peu a peu so eine kleine weitere Entourage um sich. Er wird jetzt langsam erwachsen. Er ist jetzt 17, 18, 19. Und ja, er weiß natürlich schon, wer sein Vater war und dass er eben dem Adel angehört eigentlich. Und er schafft es, seine Macht immer weiter aufzubauen. Geht dann auch in Kontakt mit anderen Stämmen. Wir haben eben dort einen anderen Kahn, mit dem er dann so zu tun hat, der früher der Ander, der Blutsbruder seines Vaters war. Und mit dem schafft er es immer weiter aufzusteigen. Er hat auch selber einen Blutsbruder, der noch wichtig werden sollte. Und so peu a peu gewinnt er die Kontrolle über seinen alten Stamm wieder. Gewinnt Anhänger, wird immer mächtiger, wird mächtiger. Dann gerät er irgendwann in den Konflikt. Ich versuche, es das alles so ein bisschen zusammenzufassen. Mit Jamucha heißt er. Das ist sein Blutsbruder. Das wird dann so die 20er Jahre oder seine 20er Jahre beschreiben. Dass er eben in den Konflikten steht in der Mongolei, gegen andere Stämme, gegen die Tartaren zum Beispiel. Wir können ja noch mal auf den Begriff Tartaren Mongolen eingehen. Das ist ganz interessant. Also die Tartaren, die ja seinen Vater ermordet haben, gegen die hat er dann immer wieder Auseinandersetzungen. Das wird auch der erste Stamm sein, den er komplett auslöscht. Also die Adligen werden alle ermordet. Und die in Anführungszeichen einfachen Menschen, Niederadel, werden auf andere Stämme verteilt. Und es unterstellen sich ihm immer mehr Stämme und die, die gegen ihn sind, die besiegt er. Und dann schafft er es, um die, ja, also so 1200 rum, die Macht eigentlich zu ergreifen in der Mongolei. Und 1206 ruft er dann den Kuril-Tai ein. Den Kuril-Tai ist die große Reichsversammlung im europäischen, bei den, zum Beispiel das Ting, im germanischen Raum Ting. Dann, also das ist vielleicht ähnlich eben als Reichsversammlung. Dort wird er dann zum Khan und eigentlich auch zum Genghis Khan. Timujin heißt Eisern, fällt mir gerade ein. Genghis Khan ist der Ozean, der Ozean gleiche Herrscher. Also zum allumfassenden Herrscher wird er dann gewählt, 1206. Und herrscht dann über das, was wir eben heute als Mongolei kennen, mehr oder weniger. Da noch ganz kurz nachgehakt, du hast jetzt gesagt, er wird gewählt. Das ist ja sehr spannend. Also das heißt, wir haben in der Region jetzt nicht irgendwie eine Art Erbenmonarchie oder so, sondern es ist wirklich, man trifft sich, man bespricht sich und dann, keine Ahnung, bringen alle ihre Argumente vor. Und einer geht am Ende als Sieger sozusagen aus dem, ja, mit Ting vergleichbaren Versammlungskreis hervor. Oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, es war jetzt nicht so, dass vorher eine große Auswahl an Leuten stand. Aber nichtsdestotrotz musste der Herrscher gewählt werden. Wer der Wähler war, das war natürlich immer so die Sache. Aber es war nicht im Vorfeld, dass es eine Primogenitur gab im Vergleich mit Europa oder sowas. Es wurde nicht immer der Jüngste und nicht der Älteste. Es war also der Vater normalerweise konnte natürlich schon zu seinen Favoriten bestimmen. Aber die Großen des Reiches, so schwer dieser Begriff ist, das unterscheidet sich je nach Zeit, wer das denn jetzt ist. Deswegen sage ich jetzt niemand genau, die entschieden darüber, wer der Nachfolger wird. Es war dann, um jetzt die Zeit vorauszuspringen nach Genghis Khan, durfte es nur noch ein Genghiside sein, also einer von Genghis Khan abstammend. Also es dauerte wirklich lange, 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 lange Zeit, bis in dem ehemaligen mongolischen Reich sich irgendwer anderes als Khan bezeichnet hat, als ein Genghiside. Es gab mal kurzzeitig von den Euraten einen Ezenkhan. Also die Euraten waren dann die, wer sich mit chinesischer Geschichte auskennt, Ezenkhan war der, der zum ersten Mal wieder die Ming geschlagen hat und den Kaiser gefangen genommen hat und so weiter. Und der hatte sich ob seiner Macht als Khan bestimmt, also ausgerufen. Der ist aber ganz schnell wieder abgesägt worden. Danach waren die auch keine Kahne mehr, die Euraten. Und Timur zum Beispiel, Tamerlan, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, der auch ein großer Eroberer Zentralasiens, also wirklich fast schon von den Ausmaßen an das mongolische Reich angeknüpft. Also der hat 1402 die Osmanen bei Ankara geschlagen. Also vom Bosporus bis nach China hatte der sein Reich ausgebreitet. Auch der hat sich nicht getraut, sich Khan zu nennen. Der war Emir, Fürst. Und er hatte einen Schattenkhan. Also die Genghisiden standen nach Genghis Khan so hoch, dass sie unangreifbar waren. Wer dann die tatsächliche Macht hatte, das war nochmal eine andere Frage. Aber es gab, je nachdem, unterschiedliche Wählergremien. Übrigens auch Frauen hatten da eine wichtige Rolle. Also die meistens die Witwen, die wichtigsten Witwen des verstorbenen Khans, meistens eine Witwe, konnte da stets ein Wörtchen betreten. Und hatte auch während der Zeit der Nichtherrschaft, des Interregnums, hatte die Witwe die Macht. Und ich glaube, das längste war sechs Jahre, wo die geherrscht hat, die Frau von Ögedei. Genau, also es gibt keine einfache Antwort drauf. Aber ja, es gibt irgendein Wahlgremium, was den nächsten Khan bestimmt aus einem gewissen Pool heraus. Aber es war schon vorgesehen, dass es immer einen Khan gibt. Oder haben die Stämme auch die meiste Zeit für sich gelebt, geherrscht, sich verwaltet. Und erst wenn einer daherkam, der vielleicht eine gewisse Macht mit sich brachte, um überhaupt zu sagen, okay, wir berufen jetzt diese Versammlung überhaupt erst wieder ein. Und ich bin jetzt der nächste Khan, dass dann überhaupt wieder er womöglich als Khan bestimmt wurde. Also war es eine Pflicht zu besetzen der Posten? Nein, überhaupt nicht. Also in der Zeit vor Genghis Khan gab es auch mehrere Khaner. Also deswegen auch Khan der Khaner. Also wenn diese Stufe drüber mit dem Khan. Ja, es gab auch kein Khanat, was jetzt irgendwie festgelegt war. Also wie Königreich, also wie Deutschland oder sowas. Und da drin gab es immer irgendwas überhaupt nicht. Es passiert ja auch nach Spiel von Genghis Khan, dass es wieder kleiner wird alles, wieder kleinteiliger wird und mehrere Karne wieder dann entstehen. Also das war wirklich, also Stämme konnten sich ja auch loslösen von dem Khanat, von dem eigenen Khan-Bällen zum Beispiel. Oder einfach unter einem Emil-Leben oder einem Fürst, je nach Kulturkreis, wie man das so bezeichnen möchte. Und wie fügt sich da der Begriff Großkahn ein? Nein, also ich frage deswegen, weil in unserer Marco Polo-Folge eben der Begriff gefallen ist und so ein bisschen gleichgesetzt wurde mit dem Kaiser von China. Müssen wir das vielleicht revidieren jetzt aufgrund deiner Expertise oder ist das so, naja, okay? Wie passend, dass wir gerade eine Reihe über die Yuan haben bei uns, über Kublai. Naja, also Kublai hat sich selber schon als Großkahn angesehen, so war es jetzt nicht. Nur ja, das Problem war, er war damit mit der Einzige, der das so gesehen hat. Damit greift man jetzt aber schon eigentlich ein bisschen der Geschichte voraus. Also es ist an sich nicht falsch, aber es ist immer so die Frage, sich selbst bezeichnen und anerkannt werden. Also es gibt einen Großkahn normalerweise, weil es entstehen ja noch weitere Kahne nach Genghis Khan. Und dieser Großkahn, der ist theoretisch der Beißungsbefugte für die anderen Kahne unter ihm. Und Kublai, um den geht es ja bei Marco Polo, hat sich als solcher gesehen. Ihm hat aber nur einer von den, also einer hat ihm gefolgt und zwei nicht. Können wir ihn dann als solchen bezeichnen? Schwierig, ja. Ja, nein. Ja, du hast es schon anklingen lassen, dass wir in der Ereigniskronologie vielleicht erst bei Genghis Khan erst noch weitermachen. Wir haben auch schon gehört, wir entfernen uns doch sehr weit von dieser eurozentrischen Sicht, weil einfach vieles einfach nicht in einem Sichtbereich der mittelalterlichen Europäer stattfindet. Aber, und da kommt dann die eurozentrische Sicht doch wieder ein bisschen rein, diese Mongolen oder vor allen Dingen ja auch Genghis Khan, nachdem er sich da in seiner Macht gefestigt hat und ja auch einen gewissen Einflussbereich aufgebaut hat, dringt dann immer weiter gen Westen vor. Mal ganz blöd gefragt, warum macht er das? Warum machen die Mongolen das? Geht es einzig und allein darum, Macht und Herrschaft auszubauen? Oder gibt es noch treibende Kräfte wie andere Player, die die Mongolen vielleicht gen Westen drücken? Gibt es klimatische Veränderungen oder was auch immer? Ich versuche mich an alle Punkte zu erinnern. Also vielleicht klimatisch, ja, die Ausbreitung des mongolischen Reichs geht so ein bisschen einher mit einer Feuchtphase in der Steppe. Also wir sprechen über den eurasischen Steppengürtel. Es gibt eine Überlegung, Feuchtphase, die Pferde gut gefüttert, mehr militärische Power. Man braucht da nicht so viel sich um Essen zu und zu kümmern, um das mal in aller Kürze abzufrühstücken. Dann, warum breiten sie sich gen Westen aus, aber auch übrigens gen Osten, also in beide Himmelsrichtungen. Relativ bekannt ist ja dann auch zum Beispiel das Ausgreifen nach Japan später mit Tsushima oder dann später den göttlichen Winden, wo zweimal die Flotte versenkt wird. Ja, das sind ganz unterschiedliche Gründe. Erstmal vielleicht vorweg, Genghis Khan war das ja im Endeffekt gar nicht. Das waren ja dann auch hauptsächlich seine Söhne. Wir verbinden das ja immer so mit Genghis Khan. Genghis Khan hat die halbe Welt erobert. Na, Genghis Khan kam gerade so bis ins moderne Usbekistan vielleicht mit Eroberungen. Also Kriegszüge bis nach Persien, aber Eroberungen bis ins moderne Usbekistan, würde ich sagen. Dann ist er gestorben 1227 in China, weil er auch noch nicht China erobert hatte, was auch erst seine Söhne machen sollten. Auf ihn folgen dann zwei Söhne und ein Enkel. Das ist Ökede, Güg und Mönke. Das sind die, also mit ihm, die vier anerkannten Großkarne. Mit dem fünften, das ist dann Kublai. Ab da wird es dann eben so, dass nicht mehr alle anerkennen. Das Reich wird vier geteilt nach ihm, wobei es immer ein Großkahn, also noch drei weitere Großkarne gibt. Das sind dann die vier ältesten Söhne von ihm. Das ist diese Namen. Das tut mir jetzt schon nur leid. Wir können so ein 1, 2, 3 und 4 nennen. Aber der erste ist Georgie. Der zweite, ich versuche die richtige Reihenfolge hinzubekommen. Ich glaube, der zweite ist Chagatai, genau. Das ist der zweitälteste. Der drittälteste dürfte Ökede und der vierte älteste, der jüngste, Tolui sein. Also es sind Georgie, Chagatai, Ökede und Tolui. Das sind die vier wichtigsten Söhne. Und die bekommen jeweils eine eigene Apanage, einen eigenen Ulus, um diesen Begriff zu verwenden, zugesprochen. Wir kennen das heute als, also Chagatai als Goldene Horde. Chagatai ist der Chagatai-Kanat. Tolui und Ökede ist ein bisschen schwieriger, weil die, jetzt versuche ich mich nochmal, ich verwechsel die gerne mal. Die Ökedeiden werden ausgelöscht im Laufe der Geschichte von den Toluiden. Und die Toluiden haben dann irgendwann zwei eigene Kanate. Nämlich eins in Persien und eins in China. Genau, so. Nachdem wir das so ein bisschen jetzt mal eingeordnet haben. Goldene Horde übrigens Südrussland, Chagatai Zentralasien und der Rest zu dem Zeitpunkt noch Mongolei und China. Weil da Persien noch nicht erobert war. Die Gründe für das Ausgreifen sind ganz unterschiedlich. Also natürlich die Mongolei einen, das war machtpolitisch. Die Stämme dieser Mongolen, dieselbe Sprache, das war schon mal geeint. Das war das Recht des Vorfahren von Chinggis Khan. Das hatte sich irgendwie angeboten. Danach die Unterwerfung Nordchinas. China war damals nicht geeint. Das war traditionell, könnte man fast sagen. Also wenn die Steppenreiter es hinbekommen haben, sich im Norden zu vereinen, haben die traditionell nach Süden ausgegriffen und haben China erobert. Reichtum, Macht, all das. Also China versprach eben Einkünfte und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber ja in Richtung Mongolensturm. Warum sind die denn überhaupt nach Westen? Wenn wir uns jetzt geografisch in die Region Aralsee und südlich davon bewegen. Heutiges Usbekistan, Turkmenistan, Nord, Iran. Dort hat zu dieser Zeit der Khosem Shah geherrscht. Und der hatte gerade sein Reich neu aufgebaut, war einer der aufsteigenden Dynastien. Und naja, der bekommt dann eine Karawane von Chinggis, eine Händlerkarawane. Und der Gouverneur der Grenzstadt lässt sie mit seinem Einverständnis von dem Shah abschlachten. Also wirklich jeden Mann und Maus, alle getötet, bis auf einen, der entkommen kann. Und dann schickt Chinggis Khan eine Botschaft an Mohammed, so heißt er Mohammed Hwasem Shah, und sagt, bitte liefern wir den Gouverneur aus der Grenzstadt und ersetzen mir die Händler, die Karawane. Macht er nicht, weil er denkt, ich bin mächtig. Ja, in dem Augenblick bricht Chinggis Khan seinen Kriegszug in China. Weil wir können davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt hatte Chinggis Khan auch überhaupt nicht die Idee, die Zentralasien zu erobern. Das war eigentlich gar nicht so in diesem Verständnis der Stämme in der heutigen Mongolei gar nicht so drin, dass man dahin ausgreifen konnte. Das war selten, dass das passiert ist. Weil wenn man sich das geografisch vorstellt, da ist das Altaigebirge und Tianchan gehen da ziemlich hoch nach Norden. Und das ist eine natürliche Barriere eigentlich dazwischen. Ja, das stört Chinggis Khan wenig. Der bricht den Krieg ab in den China und reitet rüber. Und steht dann eben bei Mohammed Hwasem Shah vor der Tür und reitet einmal über den Drüber, über sein Reich und schafft es eben innerhalb von kürzester Zeit, Zentralasien immer platt zu machen. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt, mit der Geografie, es gibt zwei große Wüsten dort an den Flüssen. In der Antike ist das der Oxus und der Jaxates, das ist Transoxanien. Das sind damals wichtige Grenzflüsse. Da gibt es Kiselkum und Karakum. Und da ist eine Wüste, wo man denkt, da geht nie jemand durch. Er hat sich sicher gefühlt in seiner Hauptstadt. Plötzlich steht Chinggis Khan vor aus seiner Tür, weil er einfach durch diese Wüste durchgezogen ist. Ein militärisches Husagenstück. Aber ja, Mohammed Hwasem Shah hat eben keine Chance. Und das ist jetzt Spekulation alles, was dann folgt. Warum greift er denn immer weiter aus? Ich glaube auch, weil es einfach leicht fiel. Also er merkt eben, dass er keinen Widerstand hat. Dass er es schafft, die Reiche zu besiegen und sie zu unterwerfen. Und das ist dann irgendwann eben so ein bisschen vom eigenen Erfolg überrascht. Und man merkt dann, dass so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so auch eine religiöse Konnotation mitkommt. Weil es gibt irgendwann, noch nicht bei Chinggis Khan, aber später gibt es, also in der Vorstellungswelt und der Glaubenswelt der Mongolen ursprünglich, das ist ja der Tenggrismus, gibt es Kök Tengri, der blaue Himmel. Und dann hat Kök Tengri den Mongolen den Auftrag gegeben, die Welt zu beherrschen. Und spätestens dann kommt eben so diese Konnotation dazu. Die Welt gehört uns und wir haben sie zu unterwerfen. Es ist auch das klassische Vorgehen in der mongolischen Ausbreitung. Man kommt vor eine Stadt, man schickt denen das Unterwerfungsangebot. Nehmen wir das nicht an, dann wird die Stadt platt gemacht. Und platt gemacht heißt platt gemacht. Also die Schädelpyramiden sind relativ bekannt. Also dann wird die komplette Bevölkerung der Stadt, die nicht Handwerker, Künstler, Denker oder irgendwas ist, die einfach Menschen werden getötet. Und die Köpfe werden dann eben als Pyramide aufgegebaut. Und die Bevölkerung, mit der sie was anfangen können, die wird dann nach Karakorum oder anderen Städten entführt. Also da sind wirklich viele Städte platt gemacht worden. Wenn sie sich unterwerfen, das ist okay. Dann können sie überlegen. Dann können sie überleben. Und dann gibt es eben diese Apanagen, die zugeteilt werden. Für Gertschi ist Gertschi Stipp vor seinem Vater, aber dann die Nachfolger von ihm, die bekommen eigentlich zum Beginn nur einen sehr kleinen Spalt in Zentralasien, Nordzentralasien so zugesprochen. Aber natürlich wollen die jetzt auch ihr eigenes Reich vergrößern. Und dann greifen die eben nach Russland aus und so weiter. Die Ukraine, Rumänien und sowas. Also am Anfang definitiv das macht politisch und so ein bisschen traditionell. Und dann irgendwann kommen ganz neue Dimensionen dann dazu. Das habe ich lange geredet, sorry. Alles gut, dafür haben wir dich ja da. Aber interessant auf jeden Fall zu sehen. Und vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Sätze verlieren, nachdem wir uns ja auch bei Epochentrotter da doch gerne auch mal mit Geschichtsbildern auseinandersetzen, dass Genghis Khan so präsent in unserer europäischen Geschichtsschreibung ist, obwohl ja eigentlich gar kein direkter Kontakt, so blöd gesagt, geherrscht hat. Woher rührt das dann? Vielleicht noch mit einer Gegenfrage an euch, weil wir uns demnächst darüber Gedanken gemacht haben, wer der zweitbekannteste Khan ist, der eigentlich gar kein Khan ja mehr ist, mit Kubilai. Also wenn, wie viele Personen kanntet ihr denn von mongolischen Kernen vorher? Waren wir wahrscheinlich Genghis Khan und Kublai Khan, oder? Und ehrlicherweise Kublai Khan auch nur wegen der Vorrecherche für Marco Polo. Also davor eigentlich, ja, Genghis Khan. Ich glaube, der Name ist auch relativ geläufig. Ich erinnere mich auch, dass wir irgendeinen Roman zu Hause stehen hatten in meinem Elternhaus, der Genghis Khan, glaube ich, hieß. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Ich muss gestehen, ich habe ihn nie gelesen. Das ist wahrscheinlich so eine Art Biografie, die aber erzählerisch daherkommt. Und genau, also abgesehen davon, nee, keinen von den Namen, die du uns jetzt auch genannt hast. Also an unsere Hörerschaft vielleicht da draußen, ich habe teilweise ganz große Fragezeichen über dem Kopf, weil das wirklich für mich auch eine Region ist, die kommt so gefühlt gar nicht irgendwie vor. Also in meiner eigenen Forschung sowieso nicht. Und darüber hinaus habe ich mich damit auch noch so gar nicht auseinandergesetzt. Also ich lerne hier gerade ganz viel Neues. Es tut mir auch leid mit den ganzen Namen. Ja, das ist alles etwas verwirrend. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, warum ist Genghis Khan so stark in der Wahrnehmung? Das würde ich auch gar nicht auf Europa begrenzen. Also Genghis Khan ist auch im mongolischen Reich, ist die Person schlechthin. Also da sind auch die Söhne nicht so wichtig. Natürlich gibt es so regionale Unterschiede. Also wenn man mit Russen spricht, die kennen Batu Khan. Batu Khan ist der erste richtige Khan der goldenen Horde, also Südrussland, wie gesagt. Wenn man dann wahrscheinlich in Persien, Iran, Irak und unterwegs ist, ist es wahrscheinlich Hülegü. Das war der Gründer der dortigen Dynastie. Ja, der Name ist etwas witzig, wenn man ihn so im deutschen Ausschuss ausspricht, finde ich. In Europa, Westeuropa ist es interessanterweise eben, würde ich sagen, aus meiner Wahrnehmung, Kublai Khan, wegen Marco Polo. Da haben wir dann natürlich schon den Eurozentrismus drin, als zweitwichtigster Khan. Aber überall Genghis Khan ist der bekannteste. Das ist so eine zentrale Gestalt, weil sich ja natürlich auch seine Söhne auf ihn berufen. Er macht die Yasa. Yasa ist das zentrale Rechtswerk, das Gesetzeswerk der Mongolen. Das ist seins, das ist nicht das seiner Söhne. Er schafft diese Neuorientierung der Gesellschaft. Also da kann ich vielleicht erst mal ein bisschen drauf eingehen. Die ganzen Stämme des Eurasischen Steppengürtels, die er besiegt, löst er auf. Also er macht wirklich tabula rasa. Er schafft ein ganz neues Gesellschaftssystem. Das ist dieses Dezimalsystem. Also Zehnergruppen, Hundertergruppen, Tausendergruppen, Zehntausendergruppen. Das Tumen, die Zehntausender schafft. Die werden zu neun ethnischen Gruppierungen, weil er aus jedem Stamm, den er unterwirft, da gibt er dem Tumen davon ein bisschen was, dem Tumen davon ein bisschen was. Und das sind Gruppen, die auch nicht untereinander wechseln dürfen. Also es ist per Gesetz verboten, zwischen den Tumen hin und her zu wechseln. Und er durchbricht damit alle ethnischen und familiären Zusammengehörigkeiten und er schafft das auch durchzubringen. Und damit, das meinte ich ja, damit werden dann später erst die Mongolen erschaffen, weil es eben nun eine komplett neue Schicht wird, die es vorher nie gab. Und alles, was vorher war, ist mehr oder weniger zerstört. Wir haben so, je weiter man in die Peripherie geht, haben wir nochmal Stämme dann, spätestens wenn es dann in den türkischen Kreis geht, also hinterm Altai, hinterm Tianchan nach Westen, zum Beispiel die Kipchaken und so weiter, die kann man schon auch fassen. Die werden auch nicht komplett aufgelöst. Aber im Grunde genommen ist es eben Genghis Khan, der gesellschaftlich so einen Riesenumbruch macht, aber auch vom Selbstverständnis der Herrschaft und, 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 das Militärische. Wie geht man vor? Das ist alles Genghis Khan. Seine Söhne profitieren davon enorm. Sie machen nicht viel anders als er vorher. Sie lebten halt später oder länger. Dementsprechend haben sie so einen kleinen Vorteil. Aber all das, auf was sie aufbauen, das ist der Genghis Khan. Und deswegen wahrscheinlich ist er nicht nur in Europa, sondern halt überall wirklich die zentrale Gestalt. Aber das ist jetzt ein bisschen Interpretation. Aber ich denke, das können wir schon so sagen. Um aber auch noch mal auf diese Feldzüge und Eroberungen zu sprechen zu kommen, vielleicht erst eine Frage. Das ist ja auch etwas, was durchaus zu faszinieren weiß und entsprechend in einigen Dokus auch schon behandelt wurde. Aber jetzt auch noch mal dich als jemanden gefragt, der sich damit schon lange beschäftigt. Wo siehst du diesen militärischen Eroberungserfolg? Also was zeichnet den aus? Wie kommt der zustande? Ist es einfach nur wirklich diese Mobilität durchs Pferd, was ihnen ja immer einerseits vermutlich auf den Marschzügen selbst unterstellt wird, aber dann auch in der Schlacht selbst, dass sie vom Pferd aus schießen? Oder was kommt da noch alles dazu? Also ich muss gestehen, mein eigentlicher Schwerpunkt liegt ja ein bisschen später, aber ich kann natürlich mal versuchen zu sagen, was ich denke. Es ist eine Vielzahl von Elementen, die da reinspielt. Es ist nicht nur, dass da lauter Pferde kommen mit Bogenschürzen drauf. Das ist nicht weit genug gedacht. Eine der wichtigen Sachen von Genghis Khan und später ist, dass sie offen gegenüber Neuem sind. Sie lernen überall, wo sie ankommen. Sie nehmen überall das Beste. Das verstehen sie milizierisch. Was kann mir diese Region geben? Was bringt sie mir in anderen Regionen? Die können ja niemals eigentlich... Das Problem von Steppennomaden ist ja oft die Belagerung von Steppennomaden, die Belagerung von Städten. Wenn wir an die Hunnen zurückdenken, an die Ungarn und all das, die müssen sich erst einmal akklimatisieren, um Städte zu belagern. Das machen die Mongolen sofort. Mit einer Kunst, wie es kaum jemand geschafft hat. Warum schaffen sie das? Naja, weil sie sich die Chinesen zum Beispiel am Anfang einkaufen. Chinesische Belagerungsingenieure. Wir haben zum Beispiel mit Gugu Khan, das ist kein Khan, sondern das ist lustigerweise derselbe Name, nur ein bisschen anders geschrieben. Mit Gugu Khan haben wir eine Biografie in China von einem chinesischen Militäringenieur, der bis nach Bagdad reist und Bagdad belagert. Also bei der Belagerung von Bagdad setzen die zum Beispiel chinesische Militäringenieure ein. Es gibt die Berichte von Kanonen, die sie eingesetzt haben. Also nicht irgendwelchen, sondern richtige Kanonen im 13. Jahrhundert. Das ist weit, bevor sie in Europa überhaupt eingesetzt werden, weil sie das aus China mitbringen. In China wiederum hatte man noch nicht die Gegengewicht-Katapulte erfunden. Also wenn wir uns so klassisch Königreich der Himmel, wenn die mit ihren Trebuchets schießen, die haben ja vorne dieses Gegengewicht dran. Das kannten die in China nicht. Und das bringen die wiederum mit muslimischen Belagerungsingenieuren nach China und können dort plötzlich Mauern durchschlagen, die vorher als undurchschlagbar gehalten, weil sie plötzlich mehr Wumms auf ihren Katapulten haben. Also diese Fähigkeit zu lernen und sich an anderen Dingen zu bereichern, positiv und negativ, ist da ganz, ganz wichtig. Aber als zweites würde ich wirklich die, also Steppennomaden waren oder Steppenreiter waren immer schon militärisch super stark, um es mal so banal auszudrücken. Damit haben sich Heere immer schon echt schwer getan. An Kreuzzüge, man sieht, wie die sich mit den Seltschuken, wie schwer die sich tun. Im Grunde genommen haben die Kreuzzüge gehabt nur eine Chance, weil die Ayubiden so zerstritten untereinander sind und die Seltschuken auch Probleme hatten. Also hätte es einen geeinten arabisch-islamischen-türkischen wie immer stark gegeben, hätten die Kreuzfreiheit keine Chance gehabt. Aber das Problem ist eben genau das, diese Uneinigkeit. Das ist das Problem der Stämme in der Mongolei, das ist das Problem der Stämme in der westlichen Eurasischen Steppe. Die sind ganz, ganz selten politisch geeint. Aber Genghis Khan schafft es ja, die zu einen und damit auch ein Gewaltenpotenzial aufzubauen. Also wie viele Soldaten hat er denn jetzt? Und bekämpfen die sie die ganze Zeit gegenseitig oder schaffen sie es, diese Streitlichkeiten nach außen zu richten? Und das schafft Genghis Khan. Also er schafft es eben, die Stämme zu einen und sie gemeinsam in die Schlacht zu führen. Und sie haben dann Heere, da träumt Europa von, von der Anzahl her. Also wie viele kämpfen im hundertjährigen Krieg pro Seite? 10.000, wenn es hochkommt? Ja, das ist eine Vorhut bei den Mongolen teilweise. Also Tumen, wie gesagt, das sind 10.000er schafft. Ich glaube, der Kriegszug nach Persien hatte 30 bis 40 Tumen oder sowas, wenn ich mich richtig in den Sinne. Also wenn man dann Frauen, Kinder und so weiter mit rechts in der Millionen Menschen runtergezogen. Das ist eine unglaubliche Streitmacht für die Verhältnisse von Europa. Und dagegen sich zu wehren, das ist nicht möglich. Was mir gerade noch in den Sinn kam, also gerade wenn das auch so viele Menschen sind, die da bewegt wurden, das bedeutet ja auch immer einen gewissen Verwaltungsaufwand, ist dann also das, was Genghis Khan letztendlich geleistet hat, aus unserem europäischen Vergleichsmaterial her, so ein bisschen mit Karl dem Großen zu parallelisieren, der ja eben Reformen auch installiert hat, die also die Bildung, die Verwaltung und so weiter betroffen haben. Also hat man irgendwas, was man Genghis Khan hier nachweisen kann oder ist das einfach nur eine Annahme, die wir dem wieder antragen? Genau, wahrscheinlich aus demselben Gedanken, wie ich jetzt gerade habe, dass man also das nicht einfach so managen kann. Also den Vergleich mit Karl dem Großen finde ich eigentlich ganz, ganz passend, weil ja auch die Karolinger dann lange Zeit Bezugsrahmen waren und ja, sie eigentlich eher Gründungsvater Frankreich, Deutschland und so weiter ist. So ist ja auch Genghis Khan Gründungsvater verschiedener dann noch länger herrschender Reiche und ja, das sagte ich ja schon mit der Yasa, aber auch der Organisation seines Herrschaftszeltes, also er führt dann gewisse Nachtwachen und Tagwachen ein, jetzt habe ich die Namen vergessen, wie die heißen, jetzt müssen wir Age of Empires spielen, da haben die Mongolen diese Einheit, also er führt eine Leibgarde ein und diese Leibgarde ist nicht nur militärisch, sondern eben auch verwaltungstechnisch, also die werden dann verwaltungstechnisch ausgebildet und das wird super wichtig, weil diese Leibgarde wird dann wieder geteilt auf seine Söhne und die teilen das wieder auf ihre Söhne und so weiter und so fort, also ein riesen Rattenschwanz, der da hinten dran herkommt mit lauter ausgebildetem Verwaltungspersonal, die dann auch den Tribut der unterworfenen Völker einfordern, also dann gibt es die Darugi, das sind die Steuereinforderer, also administrativ und auch zum Beispiel im Schutz des Handels sind es in den Mongolen sehr fortschrittlich, dass ja dann wovon Marco Polo und andere profitieren, dass die Mongolen so sehr den Handel fördern. Also die Spezialeinheit der Mongolen in Age of Empires 2 sind die Mangodai. Da gab es noch andere, Mist. Okay. Ich gucke mal. Find das von noch raus. Es gibt in Age of Empires 4 noch die Kashyyyk. Die Kashyyyk sind das, ja. Oder Kashyyyk, ja. War das Age of Empires 4, okay. Damit haben wir das Rätsel auch noch gelöst. Wunderbar. Ganz wichtiger Punkt, der natürlich eigentlich voll zentral ist und wahrscheinlich auch einen gewissen Rattenschwanz hinter sich hergezogen hat, ist natürlich das Finanzielle, was du gerade noch genannt hast. Also wenn man sein Reich vergrößert, muss man das Ganze ja auch nicht nur verwalten, sondern auch finanzieren. Vor allen Dingen muss man seine weiteren Feldzüge finanzieren, die wiederum aber wahrscheinlich auch, und das meine ich mit dem Rattenschwanz, dazu dienen, um das ganze Reich zu finanzieren. Also das ist glaube ich kein unerheblicher Punkt, den du da genannt hast. Überhaupt nicht. Das ist einer der wichtigsten Punkte, weil das ganze Reich war auf Expansion aufgebaut. In dem Augenblick, wo keine Expansion mehr möglich ist, kommen die Probleme. Die Soldaten hatten nämlich keinen Sold. Es gab keinen Sold oder sowas. So viele Soldaten könnte man sich gar nicht leisten. Die haben sich selber durch die Raubzüge finanziert. Also in dem Augenblick, wo du kein neues Gebiet erobern kannst, wie finanzierst du dich? Es war, aber vielleicht um einen Schritt zurück zu gehen, um nochmal die Reformen anzusprechen. Vor Genghis Khan war es so, das Problem war, die besiegen jemanden und gehen sofort rauben. Also die sind immer noch raubt noch im Kampf. Und das hat Genghis Khan verboten. Genghis Khan hat gesagt, die besiegen erst den Feind und dann kriegt jeder seinen festen Anteil. Und damit wird die Armee natürlich nochmal schlagkräftiger. Das war vorher ein Riesenproblem. Aber naja, wenn eben keine Raubzüge mehr kommen, dann gibt es keine Einkunft mehr. Und das ist ein großes Problem. Also wird dann später, wenn man so an die militärischen Grenzen stößt irgendwann und die Fähigkeiten, wird das ein Riesenproblem für die Gesellschaft, weil man sich eben nicht mehr dann finanzieren kann und die Heere dann eben Unabhängigkeitstendenzen und so weiter gibt. Aber ja. Um aber noch kurz bei den erfolgreichen Eroberungszügen zu bleiben, da hat es vorhin noch einen Punkt angesprochen, den ich sehr, sehr spannend finde, mit den Schädelpyramiden, was ja, also wenn ich das so allgemein in einer Quelle oder auch in der Literatur jetzt erstmal lesen würde, da habe ich dann vielleicht auch wieder eine entsprechend geprägte Sicht, das gestehe ich mir jetzt auch ein, dass ich sowas eher als ein barbarisches Stereotyp erstmal wahrnehmen würde, so, ja, ja, komm, ihr habt da irgendwas erzählt und dann sind das noch christliche Autoren, die schreiben dann über Heiden und Gott weiß was und dann denkt man sich so, ja gut, das lassen wir mal, aber wir können schon historisch fassen, dass es diese Abschreckungstaktiken gab und die werden ja vermutlich dann auch zumindest nach einer gewissen Zeit auch ihre Erfolge quasi für sich mitgebracht haben, dass das wirklich funktioniert hat und dass die Aufforderungen zur Aufgabe dann auch ab einem gewissen Punkt gefruchtet haben und nicht mehr jede Stadt platt gemacht und geschädelpyramidet werden müsste. Kapitulation. Kapitulation ist auch ein gutes Wort, das habe ich gesucht, danke. Also schon mal vorweg, wir haben diese Berichte in chinesischen Quellen, in islamischen Quellen, in orthodoxen, in katholischen, in anderen heidnischen Quellen, in indischen Quellen und, und, und. Also die sind einfach viel zu viel, als dass sie so dieses Stereotyp sein könnten. Es gibt auch nicht nur Berichte von Schädelpyramiden, auch der Klassiker ist in der Stadt einmauern und dann vergessen so nach dem Motto, wir sehen auch die Verwüstungsschicht nicht in jeder Stadt, aber wir sehen, dass die Mongolen sehr viel zerstört haben. Wir haben sie wieder aufgebaut danach, aber sie haben, also sie sind schon sehr viel mit, also mit sehr starker Gewalt haben sie sich ausgebreitet, wenn sie eben nicht anerkannt worden sind. Und es gibt genug Berichte von einer Stadt, es gibt auch so, sie haben sie zuerst anerkannt, dann war alles okay, dann haben sie doch gegen sie rebelliert und dann wurden sie gleich gemacht. Also wirklich, wenn man den Mongolen folgt, dann ist alles gut. Das war also auch wirklich absichtliche, psychologische Kriegsführung. Und natürlich gibt es eben genau diese Beispiele dann auch, dass, naja, die einen sagen, wir wollen jetzt nicht vor denen kapitulieren, wir machen die Mauern zu, die Tore und dann sagen die anderen, nee, wir wollen unser Leben haben und ermorden zum Beispiel auch innerhalb der Stadt, ermorden sich die Leute gegenseitig, bis sich dann eine Partei durchsetzt. Das gibt es auch. Die Schelle-Pyramiden kommen dann übrigens auch später wieder bei Timur, bei Tamerlan. Also das ist auch eine Taktik von, also die mehrere Eroberer angewandt haben, sagen wir mal so. Damit sind wir auf dem Höhepunkt der mongolischen Macht gewissermaßen angelangt, wir haben gelernt, welche entscheidende Rolle Genghis Khan überhaupt gespielt hat bei der Entstehung dieser neuen Ethnie, dieser neuen Kultur und wollen das bei einer weiteren Folge zu den Mongolen und mit Elias natürlich auch weiter vertiefen, denn die mongolische Geschichte endet an diesem Punkt natürlich nicht. Wir hatten ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass Elias sich vor allen Dingen mit der Spätphase der mongolischen Geschichte auseinandersetzt und entsprechend werden wir da beim nächsten Mal drauf zu sprechen kommen, wie geht es weiter mit den verschiedenen Teilreichen, wie entwickeln die sich, aber wir werden auch nochmal einen ganz genauen Blick auf die Kultur auch dieser nachfolgenden Reiche werfen, welche Schriftkultur haben die, welche Sprachenwerte da gesprochen, auch das ist sehr interessant zu beobachten, also wenn ihr wissen wollt, wie es bei den Mongolen weitergeht, schaltet auch unbedingt beim nächsten Mal wieder ein und ich darf an dieser Stelle mich schon mal ganz ganz herzlich bei Elias bedanken, seinen Podcast Historia Universalis verdenken wir euch natürlich auch unten in den Schaunotes. Sommer Sommer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020